ARD Text im Auftrag von Funk Aber es ist ihnen mittlerweile gelungen, Devran. Und das darf Snogart nicht weggeben. Hitter Nummer 1. Lapex hüpft da irgendwo rum. Hat nicht damit gerechnet, dass Devran so schnell ist, aber die haben recht reagiert. Der Fake funktioniert. Devran! Lockerflockig, die drei abgeholt. Naja, theoretisch gut gespielt. Kill geht nicht durch. Eigentlich für ihn dann Pflichtfrack fast schon. Aber, ja, nette Idee von Entropitz hier nochmal zu splitten. Der Plan wird durchgehen. Die Ork geht das Ding nicht mehr ein. Aber das wäre der Klatsch seines Lebensfinder, das ihr macht. Du siehst, er ist halt an der Camp. Kann es machen. Oh, was? Tatsächlich geht sogar Pharmaji auch nochmal an. Der letzte Spieler ist slow. Tarsin ist komplett ready dafür, Mann. Die Runde gewinnt er. Das kann. Das ist absolut ein Vorteil. Ja, macht er. Das ist der Klatsch von Tarsin, Mann. Mit dem Wackelpeak macht er die siebte Runde. Klar, Alter. Bonga kommt währenddessen von Lang. Zwei Spiele auf der Side. Und Primetips kommt hinten durch die Smoke. Der muss jetzt das Timing einfach erwischen. Der braucht nicht den richtigen Timing. Erster Headshot, zweiter ist bekannt. Nächster Handelt in der Luft. Jansen, Mann! Der Junge muss irgendwie auf die Side kommen. Primetips muss sein Duell jetzt. Schlau wählen. Piekt rum mit der Smoke Jansen. Denkt noch gar nicht an den Plan. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Nimmt den weiten Winkel. Aber er muss irgendwann drauf. Er muss irgendwann planten. Und Primetips muss mit dem insaneen Shot! Zurück. Er kann eigentlich nur versuchen, den Kreuzfeuer aufzufallen. Bonga. Osek versucht sein Bestes langzuhalten. Oh mein Gott! Osek! Du verdammte Maschine! Er ist es einfach weg! Willst du mich verarschen? Osek!